So, ich hab jetzt wieder genug Obaras. Jenny hebt ab, Jenny hebt ab, ey. Nee. Willst du mich verarschen? Ich hab auf dieser fucking Insel keine, kein Gold. Ich hab sieben Stück, willst du was? Wow, in meiner zweiten Insel hab ich zwei. Auf meiner zweiten Insel hab ich auch zwei. Hab ich neun. Ist das nicht geil, Jenny? Wollte ich die in der Mitte? Die große? Was? Wollte ich die große in der Mitte? Funfact? Die wolltest du? Nein, keine Ahnung, wollte ich halt jetzt. Wie viel Gold ist drauf? Nüscht. 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 Mir hat's grad zwei Rumpfbrennereien zerleppert. Ah, jetzt kommt mal Feuerwehr. Ja, ich hab's bereit. Kommt mal ran hier. Was für ein Scheiß. Überall, wo ich hingucke, sehe ich Gold. Schön für dich. Guck mich auch. Genau wie ich überall Zuckerrohr sehe. Hm. Stell dir mal meinen Mittelfinger vor. Wie heißt die denn? Die Mittelfinger, klar. Kann man deinen Mittelfinger auch daten? Oh Gott, was geht der schon wieder los? Ja, was denn? Eine Krankheit ist ausgebrochen. Wat? Eine Krankheit ist ausgebrochen? Aber ich dürfte hier gleich ne Dings haben. Ne Hospital, genau. Dann mobilisiere ich mal. Sollen sie sich kurz mal auspusten da? Dann geht's gleich wieder besser. Aus, Husten, aus, Husten, aus, Husten. Houston, wir haben ein Problem. Oh Gott. Oh Gott. Ne? Autsch. Autsch. Hast du dir wehgetan? Nein. Deine Witze werden auch nicht besser. Was? Meister Schnürschuh. Also, ich mach mal ne Schleife rein. Ich geb's auf. Ich suche jetzt meine Goldminen. Ich hab sieben Stück. Ich kann die nicht übersehen. Jihi. Was willst du mit diesem Scheiß überhaupt? Frauen und Glitzerkram oder was? Ne, ich brauch die für Taschenuhren. Alter. Kann ich jetzt hier... Ist irgendwas... ...gespeichert. Halt. Start zurück. Zurück. Kommando zurück. Nein, zu spät Jenny. Was ist er denn? Die Epidemie wurde besitzt. Äh, dies habe ich in mehr reden. Alkohol... Äh, Sekt und... ...zigarren und Schokolade. Weil du ein Bierfest hattest. Ne. Doch. Ich hätte in mehr reden kein Bierfest. Dann ein anderes Fest. Kommt die Schokolade her? Es gibt aber ein Fest, was dir diese Sachen bringt. Heps. Jetzt krieg ich dann wieder eine zoologische Expedition mit drei Totenköpfen. Wow. Hast du wieder oder was? Ja, juhu. Guck mal, ich bin die Jenny. Ich krieg die ganze Zeit immer geile Expeditionen. Und Bracki da am Schlucker kriegt gar keine. Ich bin es gewohnt, nicht viel zu tun. So, Bananen, Rum. Ach ja, Rum. Ach du Scheiße. Wenn ich hier ganz viel rum mache... Wenn ich hier ganz viel rum mache... Äh... Oh Gott. Hahaha. Äh, äh? Mein Hirn. Mein armes Hirn. Oh Gott. Wieso habe ich hier so viel Mais? What the fuck? Zwei, zwei. Ich habe hier keine... Äh, 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 äh. Habe ich die auch vergessen? Alter, die fressen wie die Bekloppten. Wer genau? Äh. Leute auf der einen Insel. Was fressen die denn? Wurst? Nee. Ähm. Hast du was, was? Hm. Ich muss es wieder nachgucken. Was machen die so? Drei Münzen, das sind nichts. Rot. Oh Gott. Also der größte Aids, den du haben kannst, ist, wenn du Bier aus der alten Welt hierher transportieren musst zur neuen Welt. Das ist aber richtig für einen Aids. Ja. Also ganz ehrlich. Das stimmt echt. Boah, ist das scheiß Bier selber, weißt du? Was gibt es denn eigentlich noch für High-Nies? Gibt es dieses Tamento die einzige Tussi, die hier da ist als Händlerin? Ich glaube ja. Sonst ist nur der Pirattyp da. In Anführungszeichen da. Was verkauft die Alte denn hier so? Handelskammer. Beeinflusst Schokoladenfabrik und die Küche. Oho. Ey geil. Bananenfruchtbarkeit hergestellt. Weil ich auf den Inseln hier gar keine Banane habe. Was ist das? Ich habe auch einen Rettungseinsatz. Mit? Ja, drei Totenköpfe. Die Menschen lassen sie hochleben. Die, 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 die Kaffee-Rösterei. Extra Schokolade. Er will irgendein Fernrohr ausfahren. Was willst du ausfahren? Nein, der Typ will sein Fernrohr ausfahren. Ist ein bisschen creepy, aber okay. Gartenbauer, Herrmann. Beeinflusst, beeinflusst Kakaoplantage, Kautschuhplantage, Baumwollplantage, Kaffeeplantage und Bananenplantage. Ach ja, übrigens, ich habe ab nächster Woche drei Wochen Urlaub. Und? Na, sag nur, wenn du mal irgendwann aufnehmen möchtest. Hast du gar keine Zeit mehr für mich? Doch, doch. Ich mache jetzt im Prinzip drei Wochen lang nichts. Vielleicht mal mit den Jungs wieder an den See fahren, so wie gestern. Oh, das war echt geil. Hm, die Bilder waren auch geil. Ist mir schon klar. Stark vergrößern, das Teleskop. Was willst du stark vergrößern? Hä? Hä? Was? Ersatzarbeiterkräfte. Kaffee-Rösterei. Wagemutiger Tiefseetaucher. Perlenfarm. Was macht der Typ? Also, Kaffee. Hm. Oh, Junge, Junge, Junge. Junge. Mädel. Junge. Fischerei, Perle. Schiffswerften. Ii, dir fehlen die Bürostoffe. Hast du keine Schweine mehr, oder wie? Hä, was? Hast du nicht mal Schwein gehabt? Nee, nicht du. Mein komischer Kartoffel. Kopf. Ja, da klappaut er, Mann. Was tut der denn? Achso, ich hab ja noch so viele... Oh Gott, ich hab ja noch so viele Tiere hier. Attraktivität? Anmutige Hafenstadt? Bereit für den Einsatz. Wieso verkomme ich so einen Scheiß? Sonst ist ja alles in Ordnung, ja? Brot, ja, Bier, ja, alles da. Ach ja, das Ding hier. Was gibt's hier noch so? Ah, den Tiger, jawohl. Oh, moin. Die nächste Berühmtheit. Wow, die Artilleristin. Wow. Du brauchst doch dringend Kanonen. Ja, sicher. Ja. Hey, Hirsche, Wasserbüffel. Alle Millionen Leute instill nach oben, ey. Da was hier los ist, Alter. Ach, es gibt ein Erntedankfest hier, achso. Ich war doch schon länger nicht mehr hier. Gibt's jetzt hier wieder ein schönes Sternchen oder so? Wie kommen diese Sterne überhaupt? Wie werden die denn gemacht? Je mehr Inseln du hast, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Sterne kriegst, oder was? Also Aufgaben. Hier kann sich meine Seele entfalten. Hier kann sich meine Seele entfalten. Ach, die Stadt hier ist eine große Insel. Achso. Weil volles Lager. Wow. Dass bei den Hopfen das volle Lager ist, das ist, das ist, das ist wow. Ich habe hier viel zu wenig Platz, Alter. What the fuck? Achso. Achso, die muss man... Ich dachte, die könnte man irgendwie auch aufs Gebiet aufklatschen. Was kostet ein Kontor? Das weiß ich jetzt auf dem Kopf auch nicht. Stahl, Holz und... Ja, Ziegel, ne? Eine Ziege. Ich glaube, es war ein Stahl und Holz. Eine Ziege. Ja, du bist auch so eine Ziege. Mäh. Ich muss effektiv sein, um zurechtzukommen. Was ist das denn, hey? Alter, 45! Alter! Ah, Kaffee wollte ich ja mal auch noch machen. Ja, warte, da war noch was. Warte mal, wo war denn hier Kaffee? Da war Kaffee. Ich muss diese Inseln, diesen Namen hier ändern. Warte mal, das kann ich ja wegstreichen hier. Das kann ich auch wegstreichen. Aus Mario Sunshine mal wieder. Jo. Okay, Kaffeeplantage. Okay, Kaffee kann ich machen. Kaffee braucht was, 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 was. Oh, das ist ja sehr simpel. Gut. Ach, ich hab Kaffee. Du Gott. Ach, ich hab hier schon Kaffee. Ich produziere das hier sowas schon. Oh, lol. Was ich alles letztes Mal schon alles gemacht habe. Ja, warst du fleißig. Ausnahmsweise. 8,50 ist ein bisschen wenig, oder? Saufen die Leute viel Kaffee? Also den Stör... Eigentlich nicht. Die Ingenieure und so? Eigentlich nicht. Also, ich meine... Ist, äh... Mein letzter Stand gewesen. Ein... Eigentlich nicht so, sagst du? Nee. Also, schon, aber nicht so viel wie... Bier. Andere Dinge, genau. Bier oder Schnaps ist mehr. Ja, Bier ist auch kaum zu toppen. Ich glaube, es gibt nichts anderes, was mehr. So, dann hau ich da lieber noch einen hin. Vorsicht, Cyber! Kann so eine Kaffee-Rösterei kaputt gehen? Ich glaube, ja. Ich kann es mal anklicken. Stehe es hier zufällig irgendwo? Äh... Arbeitsbedingungen? Wieso habe ich keine... Nee, keine Brandwahrscheinlichkeit. Nee, die kann gar nicht kaputt gehen. Ach gut, wenn sie irgendwo daneben steht, dann schon. Nein, keine Brandwahrscheinlichkeit steht da. Ich drehe direkt neben einem gefährlichen Lager aus. Apropos, hier könnte ich jetzt auch wieder so ein paar Dinger hin klatschen. Wo sind die denn? Depots. Depots sind immer schön. Herrlich! Habe ich hier schon Depots gebaut? Ja, ne? Ja, klar. Wow, für ein Gold brauchst du 2 Minuten 30? Wollen die mich verarschen? Gut, jetzt weiß ich, warum es bei mir so viel Gold gibt. Ja, aber musst du einen Typ finden, der das auch wieder schneller macht. Oder? Die Dinger kannst du doch mit Strom versorgen. Aber ich werde meine neue Welt nicht mit Strom versorgen. Definitiv nicht. Die Armpenner müssen weiter ohne Strom leben. So böse, wie die Obera schaut, kriegt sie gar nichts. Bei mir, bei mir, bei mir guckt sie nett. So. Kann der Typ jetzt lasse mal losfahren hier? Dauert oder dauert das immer Jahre? Wazwak. Wie will ich denn den Arsch? Ich muss gleich mal gucken, ob der Rum noch in der kommt. Wo habe ich denn jetzt... Hier habe ich, ne? Hier habe ich jetzt einen Kaffee gemacht. Ja, genau. Okay. Bei den Kaffee gibt es ein kleines Problem. Das wird bei mir die ganze Zeit lang gespammt. Super. Ja, mal ditte. Dann haben wir hier irgendwo den wunderschönen Kaffee damit. Er kommt schon wieder mit so einer Piratenscheiße an, Alter. Ja, los, hier kannst du... Mach Ditto. Kannst du beides. Das ist doch so lame, Alter, Piratenjagd. Vor allem doch nur noch ein Kopfmission. Okay, wenn die Leute... Was ist das denn hier? Habe ich das schon gesehen? Ja, doch, ich glaube, das habe ich schon mal gesehen, ne? Auch wenn ich mich gerade nicht so richtig daran erinnern kann. Äh, 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 jetzt wollte ich Kautschuk machen. Wo ist der Scheiß? Äh? Filz, Alpaka, Baumwolle, Baumwolle... Nähmaschine... Zigarren, Kunst, Tabak... Bin ich bes... Alter. Ach, da! Bei den Journaleros ist das. Da habe ich Kautschuk und hier habe ich keinen Kautschuk. Okay, das ist dann also auch... Oh, schön, dass ich diese Insel hier habe. Echt? Die kommt mir echt gerade gelegen. Eine Minute. Und ich verwechsel immer wieder, wo ich meinen Hafen habe. Hier. Ey, selbst der Schoner kostet inzwischen schon Einfluss. Also, ich habe noch 395 Einfluss. Ja, 255. Wie viel kostet der Schoner bei dir auch Einfluss? Schoner steht bereit. Keine Ahnung, muss ich gucken. Eins. Okay. Hä, ist das global? Ist das bei allen Leuten? Keine Ahnung, ich gehe mal davon aus. Das Kanonenboot kost zwei. Fregatte vier. Linien Schiff acht und der Clipper zwei. Ich denke mal, ich glaube, das ist global. So, dann gucken wir doch mal. Ist ja ziemlich... Da kann man ja jemanden voll aus dem Spiel nehmen, wenn man jetzt hier anfängt, Milliarden Sachen zu bauen. Ich komme immer wieder durcheinander. Welche Insel jetzt eigentlich welches mit den... Okay, da habe ich noch einen Platz. Da habe ich die, habe ich. Okay, ich habe zwei eingenommen. Das kostet nur Holz, okay. Ja, denn FFN. Wie viel benötigt der denn? 144! Ist auch hier so ein scheiß Riesending. Mein bester Freund ist der Pendler, Kai. Den ich bis jetzt noch gar nicht habe. Natürlich hast du den. Ja, ich habe immer noch keinen gebaut. Achso, ja, dafür kann ich nichts. Doch! Nein. Du machst mich immer so fettig damit. Achso. Wie viel... Ich nehme Kai wieder. Der Kai. Ja, genau. Der Emiro. Aber bei dem ein Abo. Schäm dich. Den habe ich abonniert. Schäm dich. Und die Sia habe ich abonniert. Und den Schwabbeltown. Schwabbeltown? Schwabbeltown. Noch nie gehört. Er ist gar nicht mehr so klein. Er ist größer wie Emiro. Wer auch immer das ist. Er spielt hauptsächlich Dead by Daylight. Kein Lagerhausenreichweite? Warte, er ist jetzt nicht ver... Ulm oder was? Also. Habe ich schon aufgewertet? Nö. Ähm. Na gut, mehr ist hier nicht drin. Die Leute brauchen glaube ich aber nicht so großen... Äh. Einige. Nicht so großen was? Äh, so viele Hochräder brauchen die Leute glaube ich auch nicht, ne? Nee. Reicht glaube ich auch erst mal eine Fabrik aus oder so? Schiff vom Stapel gelaufen. So. Da, da. Bald dürfte die Tussi auch wieder kommen. Kann Jenny ja wieder sich mit der Kloppen. Ähm, dann hätten wir dieses. Okay. So, Leute. Ihr bekommt demnächst Kaffee. Das sehe ich ein. Alles bereit. Alles bereit. Ich suche nur etwas Bestimmtes. Hast du wieder was hier? Hinten. Ey, die Mutter hat Theresa hier gerade ein Tiger zu verkaufen. Dass ich da bin, ist der weg. Ja, letztes Mal konntest du ihn auch noch klammern. Ich habe aktuell kein Boot da. Du hast sogar Rückenwind. Ja, ich probiere es, aber ich kann es nicht versprechen. Du musst nicht warten, bis Jenny da fertig ist. Ja, ich bin dabei. Alte Frau ist kein D-Zug. Habe ich einen Bison irgendwo? Weiß nicht. Ich habe keins. Wie sehe ich das denn? Gibt es da irgendwann mal eine vernünftige Anlaufliste? Ich glaube nicht. Ich habe einen Bison gekauft. Voll nice, Mann. Nice, war scheiß. Boah, Jenny kann voll reiben, ey. Gross, Mann. Yala. Pssch. Bäh. Gott, das war... Wir haben gestern am See... Irgendwer hat seine JBL-Box mitgebracht. JBL-Box. Und, ähm... Ja, dann habe ich Deutschrap gehört. Und ich dachte, ich sterbe. Und Deutsch gerappt? Nein. Nein. Habe ich das gerade... Nein, und da lief halt irgendwie sowas wie Capital Bra und... Was weiß ich. Ich kann generell diesen Rap-Scheiß nicht hören. Ja, es geht auch nicht. Aber wenn... Fünf von sechs Leuten den Scheiß hören, dann, ähm... Bin ich weg. Naja, ist schlecht. Ich habe einen Bison hier drin. Ach, scheiße. Egal. Und dann waren die irgendwann mal weg und dann habe ich plötzlich meine Musik angemacht. Und dann lief da... Metal. Metal? Ja, ich bin heute nur mal eine Metal-Queen. Metal, Leute. So, bin ich da? Ich bin da. Ist der... Ist der Tiger noch da? Der Tiger ist noch da. Siehste. Und der Krokophant ist auch noch da. Wer? Der Krokophant. Das war was nochmal? Den Krokodil. Aaaaaaah. Wattest du die schon? Krokodil, ja. Weil das lag gerade. Ja, ziemlich. Online-Status. Spielersuche verfügbar, obwohl das Ding eigentlich grau ist. Keine Ahnung, meinst du sprühen? Ihre Stadt ist attraktiver geworden. So. Ach, das ist wieder so ein... ...bedachtes Haus. Schwul. Bison. Schmetterlinge. 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 Bison. Schmetterlinge. Ich find das so geil. Das ist so alt. Ich find's einfach nur lustig. Was war das hier? Sie sind voll den verkrüppelten Zoo da reingebaut, der voll scheiße aussieht. Hauptsache die Leute haben... Was? Bei mir oder wie? Ja genau, ich hab bei dir ein Zoo reingebaut. Achso, nee. Ich hab das akustisch nicht verstanden, was du gesagt hast. Aber das Video gibt's schon seit Jahren. Ja, ich find das so geil. Kaffee hab ich. Bruchräder braucht jetzt was? Ja super, noch mehr Stahl. Ich hab jetzt schon Stahlprobleme. Jetzt weiß ich, was Jenny mit Stahlproblemen meint. Tja. Warte mal, 341 und das Eisenerz dürfte jetzt, glaub ich, null sein, oder? Genau, es ist null. Och, Eisenerz importieren, wie gammelig ist das denn? Tja, deswegen hab ich mir da oben jetzt die Insel gegrallt. Oder da unten vielmehr. Ja gut, das ist die Noberinsel, aber genug Eisen, dann kann ich die einfach benutzen. Das ist jetzt meine Eiseninsel. Höh, ich nenn die jetzt auch so Eiseninsel. So kann ich die nicht bauen. Achso, kann ich. Das sah nur so komisch aus. Eiseninsel? Also bitte, Jenny, da kannst du ein bisschen kreativer sein. Es gibt bei Game of Thrones, ähm... Ach ja, komm. Es gibt eine Stadt, die heißen Eiseninseln. Dann würde ich Game of Thrones mal ein bisschen... ...logischer machen. Tja. Einfallsreicher. Jetzt ist vorbei. Letzte Folge ist gelaufen. Wo ist denn hingelaufen? Weg. Vor dir. Eine Krankheit ist ausgebrochen. Äh, gibt's hier gerade, gibt's hier zufällig schon ein Krankenhaus? Nö, okay. Tja, Leute. Dann habt ihr ein kleines Problem. Das Krankenhaus braucht seine Weile, bis es nicht gebaut ist. Spielstand gespeichert. Okay, was wollt ihr jetzt machen? Ach, ich wollt Stahl importieren, aber das kann ich nicht, weil ich da erstmal so noch einen Schoner für brauche. Was machst du hier? Du stehst einfach so entgegen. Wer redet mit dir? Ich rede mit meinem Schoner. Ja, wer redet schon mit mir? Ich bitte dich. Wer redet schon mit mir? Ohne Worte. Nee, 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 nee. Reichen 20? Von mir aus freigegeben. Ja, komm. 20 was? 20 Eisen erstmal. Hin und her schippern. Oh, alles plus. Makelloser, zoologischer Garten. Paradies auf Erden. Bilderbuchgesundheit. Veröffentlichen. Vermischloser Journalismus. HMS Solitärfrachtschiff. Spielt gerne Solitär, hab ich das Gefühl. Ui, ich kriege wieder eine neue Mission. Gut, zwei. Zwei Totenköpfe, das könnte ich gerade noch packen. Stimmt, muss ich auch nochmal gucken. Alles kacke. Schwertfisch, schwarzer Kaimann. Braucht keinen Mist. Ist das ja so. Hm. Irgendwie nicht mehr so prall alles. Hab ich hier wieder irgendwo eine Aufgabe? Nö. Das ist auch doch ziemlich lange, du. Na, warte mal. Ist jetzt inzwischen der Kaffee immer angetanzt? Oder ist der immer noch nicht da? Ich sehe, dass Brot auch wieder weniger wird. Das ist so ekelhaft. Wie viel Weizen habe ich denn hier? Null. Hm, cool. Die Epidemie wurde besiegt. Die Epidemie wurde besiegt. Yippie! Tschüss. Tschüsszarbe T Wenn